FUßballfreunde Let it walk! Herzlich willkommen meine lieben FUßballfreunde und an die Mädels hupe da auf den Tisch denn es wird wieder verdammt sexy Ja, wir sind hier bei der Auflösung vom 5488 Abonnenten Gewinnspiel Special und da hatten wir drei Spielchen zu verlosen Da haben wir einmal hier Resistance 2 Alan Wake und Alone in the Dark Ja, die drei Spiele gab es auf jeden Fall zu gewinnen und Trommelwirbel Ja Resistance 2 geht an den Peacemaker8069 Gratulation dazu Schreib mir einfach eine Nachricht mit dem Betreff Gewinnspiel PS3 und deine Adresse Dann schicke ich dir das Ding hier auf jeden Fall zu und Alan Wake Geht an Max of Play The Max of Play Auch Gratulation dazu Ich hoffe du hast auf jeden Fall Spaß mit dem Spiel und kannst was damit anfangen Und auch du bitte Nachricht an mich mit dem Betreff dann dein Xbox und auch deine Adresse damit das so schnell wie möglich raus geht Und das letzte Spiel Alan Wake Nein, Alone in the Dark Richtig Und das geht an Let's Play Kiba Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und für alle Leute, die teilgenommen haben und leider nichts gewonnen haben Es wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch einiges kommen und was heißt in den nächsten Tagen vielleicht auch in der nächsten in der nächsten Zeit sagen wir es mal so in der nächsten Zeit werden noch einige Gewinnspiele folgen wo ich noch ein paar Sachen verlosen werde vielleicht und wo ihr auf jeden Fall noch was abstauben könnt Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Ähm Ja Dann würde ich sagen Macht's gut Haut rein Ciao mit V und Mädels hupen vom Tisch Schön warm einpacken dass die Dinger nicht abfrieren Das will ja keiner, ne? Ciao, ciao